... an die USA, aber im Parlamentarischen Rat saßen auch Mitglieder der Kommunistischen Partei. Und die wollten das ganz schnell. Es ist ohne Erhöhung. Es wird ja eine westdeutsche Regierung gebildet. Ja, das hat sich ja vorhin sein. Man sieht aber nicht genau. Und ich rufe den ganzen Volk zu, dass sie hier unbegrüßt werden, eine westdeutsche Regierung zu sein. Ich bin ein Mann, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann. Dankeschön. Ich bin ein deutscher Staat, ich bin ein Abgeordneter, ich bin ein Abgeordneter, ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Der kommende Ausschuss steht seine Beratung über eine westdeutsche Sittberatervermassung ein. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020